Willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's play together Rocket Leach Zusammen mit der Pü Und ja, beim letzten Mal habe ich ja die Pü richtig eiskalt Absehr wird Ja, aber jetzt spielen wir zusammen In einem Doppel Gegen Team Unbekannt Der sieht gut aus Okay, ich bin leiert Bin ich auf der linken Seite und du bist rechts Okay, ich bleibe mit dem Tor hinten Ah ne, oh, ich bin rechts Oh, dann müssen wir wieder tauschen in der nächsten Runde Natürlich, ich habe jetzt auf dich gekickt Der Biona, der war falsch rückwärts Ja, und ich habe mich bewundert, warum ich vorwärts fahre Macht Sinn, oder? Ja, wir tauschen in der nächsten Runde dann Oder nach dem ersten Tor machen wir es so Im ersten Replay Sehr gut, Pü, sehr gut Oh, der kommt, der kommt Du bist gefragt Ja Okay So, jetzt ist die Kamera wieder so, wie wir auch im Spiel stehen Das wird verrückt wird jetzt Der war jetzt gerade so hoch der Ball, dass ich den hätte nehmen können Der ist wieder so hoch Keine Chance Wenn der von oben kommt, dann guck dir erstmal an, wie hoch der jetzt steigt Da komme ich nicht hin Äh, 2-0 für die anderen Kriegen wir schon noch hin Kriegen wir schon noch hin Mal gucken, ob ich wieder dann einfach so aus der Deckung heraus Angreifen kann So, jetzt Nein Okay, fahr zurück Komme, nee, ich komme nicht Ich fahr wieder zum Tor Wo bist du? Ich fahr zurück Oh, nee Oh, nee, ich fahr zurück Oh, nee, ich fahr zurück Komm, zieh ihn rein Jawoll Team Red Komm, lass mich hier nicht so blöd vor der Kamera stehen Ja, hast du schön gemacht, aber Das ist ganz schön gemein Beim nächsten dann Ja, was machen die da? Okay, jetzt schießen sie vor Nein, ach, verdammt Ja, manchmal ist das doch irgendwie Storage Ach, genau in dem Moment Wo ist unser Tor? Da hinten Ich mach lieber mit Komm, lass mal, wie die spielen Da, die spielen auch zusammen Ich glaub, da ist besser Jetzt wird Tore aufholen, das schaffen wir doch, oder? Mit links, mach du den Kick-Off Ich bleib jetzt erstmal hinten Am Anfang Okay Okay Bäm Wuhu Oh, ich weiß, ich lass noch mal sehen Oh, ja Jetzt kommt er angeflogen Und kapäsch Sehr schön Lass mich jetzt Kick-Off machen, oder? Ich stehe ganz vorne Also in der Mitte Ich stehe ganz vorne Also in der Mitte Hättest du hinten bleiben müssen? Nee, jetzt mal Toller, tolles Team Wieso? Oh, ich bin jetzt Alex Hättest du Oh, ich bin jetzt Bitte. Probier, in die Mitte rein zu schlagen. Kommt. Ah, fuck. Mach mal. Ah. Wo fährst du denn, Lark? Nein, oh Gott. Ja, Bande, Bande. Oh Gott, nein. Ach, so schnell kam ich jetzt nicht mehr vorwärts. Wer sind die? Steinbergens? Ein Stein? Nein. Wo war ich? Oder da, oder? Nein. Ach, Steinberg. Stillenberg. Oh, oh. Okay, wir gehen dann hin. Ja, ist immer noch... Nein! 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 Oh Gott! Scheiße! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, na. Ja, was soll's? 2 zu 6, mein Gott. Ist doch nicht vorbei hier. Wo bleibt denn dein Enthusiasmus auf einmal? Lass mich jetzt bitte. Ach. Oh, ich wollte nicht anschubsen. Okay. Okay. Rückwärts fahren, Rückwärts fahren. Okay. Fuck, das war ich! Warum? Ich bin zu einem... Hast du ja erst wieder so einen Vertrag, von dem ich noch nicht weiß? Genau. Schäden solltest du dich. Mach du, ich fahre hinter. Hä? Du bist doch so weit vorne. Ne, du bist aber genau in der Mitte. Ach. Herr, die sind scheiße. Die haben gecheatet. Ist egal, ist egal. Was? Skyter? Achso. Der 2, Leute. Ja, mache. Achso, löch doch. Du warst einfach ein bisschen. Jetzt würdest du uns wirklich einen an einem strikten Plan halten. Derjenige, der näher dran ist, der schießt einfach, okay? Machen wir jetzt einfach immer so. Okay. Also jetzt du, ne? Ja. Wow. Fuck. Boah. Jetzt wird's ein bisschen peinlich, aber es ist ja erstmal egal. Das hätten wir jetzt nicht aufnehmen sollen in der Pülle. Ja. Vorhin, das war besser gewesen. Ähm. Was machen wir? Was machen? Was ist denn der? Welche Seite? Was macht er? Ja. Du wirst jetzt auch mal weg. Oh, warte. Oh. 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 Die Runde war jetzt einmalig, aber die Folge war jetzt auch langweilig, Pü. Die war langweilig, muss ich ganz mal ehrlich jetzt so sagen. Wie ist der Feuer, sagst du mir noch, Pü? Jetzt sag mal bitte nicht so viel Böses hier. Nein, aber du solltest dir einfach so... Wie das vorgemacht hast, drück mal. Guck mal, jetzt spielen wir noch mal hier. Jetzt zeigen wir dir mal, was eine Hake ist. Oh ja. Eigentlich auch ein dämlicher Spruch, oder? Was eine Hake ist? Zeig dir mal, was eine Schippe ist. Mach du? Lepp hinten? Ja, du bist doch da die Mitte. Ja, ja, aber mach doch ein bisschen her dran. Wow. Oh. Okay, ja. Keine Chance bei solchen Bögen. War so das jetzt ein Hakel, ne? Das war ein Hakel. Ne, wir wollen ja erstmal so tun, als ob. Weißt du, damit sie denken, ja, die sind ja immer noch so. Ich fühle mich in die gleichen. Ja, ja. Oh. Komm, Rinn. Kommt der, kommt der. Nein, oh fuck. Schade. Ah. Okay, kommt der in die Mitte. Ich fahr jetzt mal zum Tor wieder. Oh. Oh, der kommt gut. Ah. Okay, ich fahr zurück. Ich fahr jetzt mal zum Tor. Oh. Oh. Oh, das haben die noch ein Tor. Oh. Haben sie sich weggeknallt oder was? Oh, der geht vorbei. Oh, was? Oh, der geht vorbei. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Nee, der war. Ich hab' da dran als ich. Okay, Nitro. Komm. Nein. Ah. Pestbeule. Merk's nicht, ich bin immer über die, über die Seite. Warte. Nein, das war ich. Oh. Gerettet. Ich dachte, der geht rein. Okay. Nein. Wow. Hui. Nein. Nein. Mann, ich kann nicht mehr hinter den Ball jetzt. Wow. Oh, was? Ey, komm. Kann ja nicht sein, wie der da spielt. Ja, komm. Nein. Vielleicht ein anderer Gegner nehmen soll. Aber wir sind besser als vorhin. Vorhin waren wir schon deutlich weiter im Arsch. Ich mache. Alter, die schleudern mich hier durch die Gegend. Ja, die sind extrem am rumspringen und machen. Ja, genau. Nein. Ey, warte, das kann doch nicht sein, dass die erste in der anderen Ecke sind. Nein, doch, wir müssen die schon hier vorne wieder. Doch. Guck dir das mal an. Scheiß Gegner. Du, ne? finden. Achso. Ja, aber... Ja! Pü! Komm, geht da rein. Pass auf, pass auf. Und... Bäm! Wie macht würde Frau Merkel machen? Die bisschen. Ach, komm. D, den Ding musst du jetzt loben. Ach, komm! Ah, komm! Ach, komm! Das bist du, ne? Ich bleibe hinten. Ah, komm, das Ding musst du jetzt loben. Das bist du, ne? Ich habe keine Chance, wenn der von oben kommt. Das sieht jetzt all aus. Los, mach den Rest. Ah, scheiße, ein Ticken später. Ich fahre voll gegen die Möhre dagegen, weißt du? Ja, genau. Ah, das war zu viel. Ey, hallo, was sind denn das für ein Scheiß-Pros, ey? Scheiße. Guck dir das mal an, da haben wir noch gar keine Chance, wenn wir hier als Anfinder. Die spielen so gut, ey. Ja. 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 Komm, komm, bitte geh rein. Ja. Ah, super viel. Super. Nur noch drei Tore aufholen. 27 Sekunden noch. Ja, was ist los? Ach, kipp dir das an. Peter, mach den Rest. Wie viel? 27 Sekunden noch. Wieso gewinnen die immer eine Scheiße am Anfang? Boah, du alte Potze, ey. Nein! Ach, Mann, ey. Ui. Ja, mit denen auf keinen Fall mehr. Eine Session können wir noch machen, oder? Mhm. Wir müssen auch noch zeigen, dass wir auch gewinnen können. Drück mal OK. Würdest du eine Krone aufsetzen? Auf dein Auto. Unbedingt. Auf keinen Fall mehr gegen die, ey. Okay. Neues Match. Wollen wir mal... Ne, wir lassen das so. Was denn? Ein bewertetes, also ein Ranking-Match machen. Ich glaub, da sind die Gegner noch... ...beschissener. Beschissener. Schissener. So, die Suche läuft... ...nach unseren Opfern. So, gegen wen spielen wir denn? Gegen... ...Ladevorgang! Äh... Roxton und... Aha. Gegen Aha. Mach du. Ja. Mach du das? Nee. Okay. Ein bisschen anders, Dona. Ja. Äh... Ja, natürlich. Haha. Ein bisschen ins Blaue. Da rein. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Der geht daneben. Oh... Oh, verpiss dich. Nein. Toll bist du, hast du ja super hinbekommen. Du wolltest mal unser eigenes Tor machen, ne? Nein. Nein. Aber der kommt aus. Aber der kommt aus. Ja. Oh, oh. Oh Gott. Oh Gott. Ach, Mann. Was machen wir denn hier, Py? Wir machen ja etwas... Wir machen ja etwas... Nee. Es kommen vier Minuten noch. Auf geht's! Oh, 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 oh. Nein! Ach, jetzt habe ich ihn selber reingehauen. Na, Glückwunsch! Oh, wie blöd war das denn jetzt, ey? Ich kam aber eigentlich... Guck mal, ich kam von... Wo kam ich denn? Von vorne! Und dann... Das ist Pech. Natürlich. Wieso gewinnt immer... Gewinnt immer das andere Team, ne? Wir sind zu schlecht. Das haben wir schon rausgeholt jetzt, ey. Was, was, du... Ouhh... Ach... Fuck! Ne, jetzt kommt der schon wieder... Pass auf ihn hin. Oh Gott. Ach... Mann... Ach... Fuck! Ne, jetzt kommt der schon wieder... Pass auf ihn hin. Oh Gott. Ach... Mann... Ah ja, dann müssen wir was von ihm machen, fürs nächste Mal. Aha. Aha. Oh, jawoll. Ach, scheiße. Oh, fuck, Alter. Wann hättest du jetzt ruhig reinmachen dürfen? Hätte ich ja. Oh. Oh, jetzt sind wir alle auf dem Fleck hier gerade, oder was? Ach, da fahre ich vorbei. Hey. Nein. Wow. Oh, hast du gerettet? Ja. Ich hörte es. Scheiße, dann haben wir zwei T-Shirts vorbei. Sehr gut. Na? Und so kann es ja nicht. Ja, ja. Es gibt ihn ja da hinten. Ja! Nee, ich dritte, nicht rausk체. Ah! Nein. Ich dritte. Ich weiss jetzt auch nicht. So schlecht waren wir doch vorhin nicht. Was ist denn hier? Sieht da eine Aufnahme. Das möchte ich gerne nochmal sehen. Alter, so richtig... Gut, dass ich diesen Spuckschutz hier vorne hab. Oh, scheiße. Wo ist er? Ist er noch heiss? Achtung. Nein, 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 nein! Nein! Ach! Ah! Das ist nur Glück, was die haben. Wir haben nur gerade... Wir müssen halt einen rauchen. Verpiss dich doch mal, Junge, ey. Ey, wat? Das möchte ich jetzt gerne mal sehen, ey. Guck mal, alle vier Autos. Und trotzdem geht er rein. Ohne Worte. Man, kann der nicht mal für uns hier rüberfliegen? Nein, nein, nein. Nee, ne, 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 ne ... Mimie, mi, 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 mach' ich jetzt. オh... Jetzt brauche ich ja nicht mehr ... Ja, ich habe es grab' gesehen ... Ja. Ja genau. Ach komm ey, das ist doch... Das ist doch scheiße, oder? Das ist scheiße. Freunde da draußen. Dann lacht ihr wahrscheinlich ins Häuschen. Die Noobs! Jetzt wollte er schon wieder da reinspringen. Was mach ich jetzt hier? Ach, hätte der jetzt nicht reingehen können. Ah, fuck alter, ich war zu schnell. Ich hab's gesehen, schön vorbeigerast. Naja, wir haben die Kette auch mehr rum. Gut, ich würd sagen, wir brauchen jetzt auch eine Pause, es ist tierisch warm hier drin. Und ja, hören wir uns dann beim nächsten Mal. Achso, vielleicht kann man an der Stelle nochmal sagen, falls jemand auch Dead Space momentan schaut, gibt eine kleine Pause erstmal. Aber sollte so in, ich sag mal ungefähr anderthalb Wochen wieder weitergehen. Von daher, bis dann. Tschüss B.